moin sinds youtube und herzlich willkommen zurück zu just cause 3 wir sind gerade zum essen eingeladen wollen das doch jetzt mal wahrnehmen wett bist du geworden ist schon eine fette aussicht da oben es ist wunderschön ein juwel unter der sonne aber wenn du medici sieht dann ist es total verrottet mario wirst du jetzt zum philosophen oder was nein so ist das nicht ich seit einer weile helfe ich den rebellen aber ich bin nur ein kleines licht wir sind keine armee du hast die angriffe auf die ravello gesehen wir rebellen sind abgehauen sie haben sich versteckt das war echt peinlich rikola das essen ist fertig rikola das essen ist fertig und ohne seine stützpunkte ist am ende wir rekrutieren einheiten und bauen eine armee auf ich werde man eher befreien übertreibt nicht gleich das tue ich nicht wir müssen den menschen zeigen dass wir in der lage sind ihre dörfer zurück zu erobern das sind wir zerstöre ich wie selektra das ist total verrückt es ist zeit ihm den saft abzudrehen die ravello hat die anlage gebaut in drei vier monaten ich verwandel sie in eine quallende ruine in weniger als einem tag egal was du tust wir sind dabei und egal was du zerstörst wir bauen es wieder auf bon muy bon aber das ganze gequatsche vertreibt nicht das knurren aus meinem magen oh yes jetzt gibt es erstmal essen wo ist mein essen mission abgeschlossen zeit für ein upgrade weiter mein auto hallo riko willkommen zurück in medici ich bin alicia die stimme von radio del revolucion mario sagt du hast fuhr man ja zu befreien und das kraftwerk von vis elektra zu zerstören ich kann es kaum erwarten dich in aktion zu sehen ich melde mich wieder wenn du vor ort bist so kann bürger zu machen war nicht schade genau ich wollte meine verbindung lösen halt da diese kamera so jetzt geht es schon besser rum 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 oder sehe ich jetzt andere andere leute auf dem ah ne das ist nur stand fahrer ok ich dachte jetzt sehe ich andere leute auf dem web das wäre ja mega geil gewesen dass es online modus gibt sozusagen öffne das funk gerät ich glaube da müssen wir hin oder hier erfährst du mehr über die ausgewählte mission und deine belogung wenn du sie abschließt weiter befreie ansiedlung manena wähle manena aus jo drücke um das kontextmenü zu öffnen jo wegpunkt setzen jo gute arbeit schalte jetzt das funkgerät aus jo hier muss ich ja hier muss ich ja oh mein gott ich bin die kamera so umgestellt ich hasse das die autos fahren sich aber echt merkwürdig kann ich die einfach irgendwie aufs dach stellen oder so ach so boah das sieht echt fett aus ey ich bin hier aufgewachsen ich kann dir also zeigen wie die ravello diese schöne stadt zugrunde gericht ich bin hier aufgewachsen ich kann dir also zeigen wie die ravello diese schöne stadt zugrunde gericht hat zack hopp das war knapp hi diese stimme bringen sie zum schweigen die polizeistationen sind in der hand der drl die ravello das ist keine polizeistationen sind die ravello schläger brutal und dumm brutal und dumm nicht die lauten töten die böse ich glaube die sind böse die sind auf jeden fall böse komm schon jawoll fall die treppe runter ähm passiert jetzt irgendwas mit dem bam in your face du arschloch da oben du arschloch hallo gestern komm bumm 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 okay ich habe nur was oh hi das geht ab nicht mich schlagen hallo gehts noch hat er mich geschlagen Ist noch was Relevantes zu zerstören? Mal nachschauen. Da hinten brennt es schön. Aber gut, Waffen. Nee, das wollte ich gar nicht. Wollt das hier? Bäm, 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 bäm. Bäm, 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 bäm. Ah, da muss ich irgendwas aktivieren, aber da gibt es hier nichts Waffen. Oh, schöne Munition. Jawohl. Bäm, 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 bäm. Bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Jo, aktivieren. Ich glaube, davor hätte ich lieber ne Dings mitnehmen sollen. Paketmiff oder sowas. Ich hab grad schon alle... Oh mein Gott. Das wäre ein Verbindeter, oder? Na egal. Ist hier irgendwo ein Helikopter-Mimmel? Jo, da. Habt dich. Lappen. Übrigens, danke für den Helikopter, ne? Kann ich irgendwie... Oh nein, 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 nein. Wie, das Fahrzeug bitte? Danke. Kann ich irgendwie schießen? Kann ich irgendwie lenken? Kann ich so gut. Verstanden. Zurückgucken. Ah, so kann ich schießen. Perfekt. Wie weit da runtergehen. Ich weiß auch nicht, die Kacke zu lenken mit dem Ding, hier. Bäm. Das kann man sicherlich aussprengen, oder nicht? Jawoll. Boah, alles destroyen, was hier ist. Soll ich ein Fight gegen das andere in Helikopter machen, oder was? Okay. Raus, 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 raus. Ach, du heilige Scheiße. Ich leb noch. So schnell es geht. Du musst, wenn ich jetzt... Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Lol. Ich bin gerade ausgeschaltet mit dem, mit der Angriff, dass ich da nicht zu ihm geflogen bin, oder was? Bäm, bäm, bäm. Ja, siehst du wieder Munition für alles Mögliche. Für die Waffe vor allen Dingen. Ja, da habe ich wieder Munition für nice. Und jetzt? Ich muss ihn jetzt machen. Hi, du hast mich gesehen. Tut mir leid. Was heißt hier? Was heißt hier? Was heißt hier? Wohin muss ich denn jetzt? Ich weiß gar nicht, was ich machen muss jetzt. Tschüssi. Komm, mach, boom. Dann halt so. Ja, genau. Ja, ne? Würde ich sagen. War easy going. Außer, dass wir vielleicht nicht gerade den... Oh. Oh. Kannst du aktivieren. Schnell, hin. Aktivieren. Oh shit. Ich hätte dich früher ausschalten sollen. Visier vorbei, das lässt sich... Alter. Nice, Rebellen. Nice. Ihr könnt das. Ihr seid echt gut. Hier steht auch nur einfach nur so rum. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Sichtkontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Oh shit. Das ist nicht die schlauste Aktion. Da oben ist die Polizei Station, genau. Wenn man weiter hochkommt... Verstärkung zu eurer Positionen. Hier. Es geht rein. Sie und sie ist... Mit mir scheiß Lappen. Idioten. Ist die noch irgendwo ein Tor oder so? Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Es waren noch beide Tore. Ist hier gelb. Das ist gar nicht unsere Mission, was wir hier gerade machen. Was machen wir denn hier gerade? Okay. Das ist doch aber das komplette Stadtgebiet, oder nicht? Was wir hier gerade machen. Das gehört uns, genau. Genau. Guck mal, ob wir hier irgendwie was anderes finden. Was wir noch zerstören. Da, das können wir noch zerstören, oder? Okay, shit. Guck mal, ich klemmere uns an dein Gesicht. Und... Kaboom. Wie... Wie wird das jetzt zum... Ah, geht doch. Fuck. Oh, Mann, ich hab's mal Granaten. Ich würde nur das andere auch noch zerstören. Wieso hab ich jetzt eine Alarmstufe? Ich weiß das doch gar nicht. Keine Verstärkung, nein. Keine Verstärkung. Was ist das da? Da war... Ne, das war gar nichts Besonderes. Ist das noch irgendwas? Sieht da gar nichts. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Wie soll ich? Geht, was müssen wir tun? Ich geh jetzt... Oh, da ist was, was ich gestern kann. Boom. Und jetzt? Immer noch irgendwas zerstören? Ich verstehe es nicht. Entschuldigung. Oh. Jawohl. Plakat. Aller Einheiten in Alarmbereich. Also ich sehe hier einfach nichts, was hier ist. Hier ist so... Hier ist so eine Kirche. Ich denke nicht, dass wir die zerstören sollen. Da, da ist noch ein... Boom. Klare Anzeichen von Gewaltausschreitungen. Okay, interessant. Da gibt es einen Helikopter. Helikopter. Meine Güte. Ich kann ja einfach alle Leute während der Aufnahme machen. Das ist doch zum Kotzen. Müssen mich einige in den Offline nehmen während der Aufnahme oder sowas. Helikopter. Rum, rum. Meine Güte. Das ist nicht sein Ernst. Manche Leute schreiben mich auch irgendwie so oft an, als ob es ja keine anderen Freunde hätten oder so. Ach. Guck mal. Meine Güte. Die waren ja gerade noch nicht da, oder? Jawohl. Unsere Flagge hüssen. Jawohl. Und beendet. Nice one. Aber an dieser Stelle sage ich erst mal wieder danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung, damit es euch gefallen hat. Und schaut doch im nächsten Video da rein. Bei... Bl... Was ist das hier? Just Cause 3. Ciao, ciao.